Herzlich willkommen Crypto-Freunde. Im heutigen Video soll es um Awe Gotji gehen, ein NFT-Game, das ihr auch mit dem kleineren Geldbeutel spielen könnt. Es gibt hier ein Ranting-System, das ihr nutzen könnt, um eben ein paar Kryptos dazu zu verdienen, ohne selbst investieren zu müssen. Und das schauen wir uns jetzt eben heute mal zusammen an. Falls ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt und keine Krypto-Videos mehr verpassen möchtet über NFTs, Play-to-Earn, Move-to-Earn oder was eben alles noch so kommt in Zukunft, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Aber jetzt kommen wir mal zum heutigen Video. Ich bin jetzt hier zuallererst mal auf der Awe Gotji Twitter-Seite. Wir haben hier 96.000 Follower. Das Projekt gibt es auch schon einige Zeit. Ob diese 96.000 Follower wirklich real sind, wage ich mal zu bezweifeln. Ich sage es ja in vielen Videos. Es ist leider keine Seltenheit, dass die Twitter-Seiten hochgebottet sind. Das soll uns aber hier erstmal überhaupt nicht interessieren. Das Projekt ist auf jeden Fall real. Hier können wir mal so einen kleinen Einblick schon mal sehen, wie das Ganze dann letztendlich aussieht. Ich verlinke euch das alles auch in der Videobeschreibung. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt zuallererst mal auf die Webseite. Und zwar bin ich jetzt hier auf awegotji.com. Ihr spielt hier mit NFTs, also entweder mit euren eigenen NFTs oder mit NFTs von anderen. Solltet ihr hier ein eigenes NFT besitzen und nicht selbst spielen wollen, dann könnt ihr das auch verleihen und passiv damit Geld verdienen. Aber schauen wir uns jetzt hier eben mal an. Was sind Awegotjis? So sehen die jetzt hier eben aus. Also solche Pixelfiguren. Erstmal nichts Besonderes. Hier kann man jetzt auf der Seite eben so verschiedene Kopfbedeckungen zum Beispiel wählen. Ein Ertragsgenerierendes NFT, das gleichzeitig als digitales Haustier dient. Hier ist auch schon der Marktplatz direkt verlinkt. Holen Sie sich ein Awegotji. Natürlich gibt es auch bei Awegotji einen eigenen Token. Und zwar gibt es jetzt hier den GHST-Token. Das ist der Governance-Token von Awegotji. Das ist aktuell der einzige Token, den es bei Awegotji gibt. Später soll dann aber auch hier noch dieser Gotches Alchemica kommen. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier erstmal richtig ausgesprochen. Und der GLTR-Token. Also die beiden Token hier sind Zukunftsmusik. Der GHST-Token ist aktuell schon gelistet. Ich habe uns das hier auch schon mal rausgesucht bei CoinGecko. Aktuell ist der GHST-Token 1,87 Dollar wert. Und mit dem Governance-Token können wir dann letztendlich eigene Awegotjis kaufen. Das Ganze geht dann eben auf dem Marketplace. Das zeige ich euch dann auch gleich noch. Vorher schauen wir uns hier noch kurz an. Es gibt einige Partner auch bei Awegotji. Also schaut euch das einfach gerne nochmal in Ruhe an. Dann habe ich uns jetzt hier eben mal den Awegotji-Bazaar geöffnet. Ihr könnt hier verschiedene Awegotjis kaufen. Ich habe uns das hier mal nach dem niedrigen Preis sortiert. Der günstigste Awegotji kostet hier 599 GHST-Token. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein saftiger Preis. Wir bedenken, dass ein GHST-Token 1,87 Dollar wert ist momentan. Wenn ihr aber jetzt hier kein Geld selbst ausgeben möchtet, dann empfehle ich euch, leiht euch einfach so ein Awegotji. Ich habe mir von jemand aus meinem Discord sagen lassen, dass man hier circa bei einer Stunde 20 circa ein Matic verdient. Das ist natürlich nicht die Welt, aber ihr habt ja auch kein Geld investiert in dem Fall. Also für den kleinen Geldbeutel auf jeden Fall echt interessant. So sieht es jetzt hier eben aus, wenn man so einen Gotji leihen möchte. Und zwar könnt ihr hier sehen, 20% bekommt in dem Fall der Besitzer und 70% der Leier. Also achtet auf diese Werte, was euch letztendlich übrig bleibt. Ihr klickt dann einfach hier drauf und könnt euch den Awegotji dann eben leihen und direkt loslegen. Die Awegotjis sind NFTs, dementsprechend ist auch jedes einzelne einzigartig. Klickt einfach auf jetzt spielen, wenn ihr loslegen möchtet und verbindet eure Wallet. Hier können wir beispielsweise auf Browser Wallet klicken. Ich bin jetzt direkt verlinkt. Ich habe selbst 0 GHST in meiner Wallet. Ich spiele das Spiel auch aktiv nicht. Ich möchte euch einfach nur gerne vorstellen, wenn ihr eben hier ein paar Kryptos dazu verdienen möchtet, ohne großartige Investments zu tätigen. Wie ihr hier auch sehen könnt, läuft Awegotji auf der Polygon Chain. Hier können wir uns auch zum Beispiel solche Minigames mal anschauen. Auf der Website selbst könnt ihr euch hier noch so einen kleinen offiziellen Kino-Trailer vom Gotjiverse anschauen. Ist ganz schön gemacht. Schaut euch einfach mal in Ruhe an, wenn euch dieses Projekt interessiert. Also wie gesagt, ich empfehle es wirklich nur, wenn ihr hier einfach ein paar Kryptos dazu verdienen möchtet, ohne selbst zu investieren. Ich bin der Meinung, um selbst so einen Gotji zu kaufen, ist es einfach schon zu spät momentan. Die Preise sind zu hoch. Aber für den kleineren Geldbeutel auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Ja, das war es auch schon wieder mit diesem kurzen Video. Awegotji, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das ist mir gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut auch gerne mal im Discord vorbei, wenn ihr euch über verschiedene Krypto-Projekte austauschen möchtet. Ich freue mich über jedes neue Mitglied. Wir sind mittlerweile schon fast 300 Mitglieder. Also schaut gerne mal vorbei. Das Ganze ist natürlich auch kostenlos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.